Erstmal schön um die Ecken düsen. Der Wangel ist echt nice. Aber da ist noch einer. Ich gehe nochmal. Äh. 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 Ich komme einfach später wieder. Jetzt habe ich nicht meine Hut. ASK gerade ist im Moment einfach alles weg. Läuft, dann spielen wir erstmal ultra realistisch. Vor allem weiß ich noch nicht mal, ob der böse ist oder nicht. Die Scheiße ist auf. Der hat einen von unseren Jungs gekillt. Alter, ihr habt nicht mal ein Fahnenkreuz. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe nichts. Ich sehe ihn. Da ist er. Ich habe ihn voll. Er lebt nach. Hol ihn dir. Ich werde nicht viele Tiere. Ich habe halt nicht mal. Irgendwas. Im Sinne von Gesundheitsbeiten. Ich habe gerade gar nichts. Ich habe gerade gar nichts. Was werde ich jetzt da rumgepfiffen so fröhlich? An alle Einheiten in der Umgebung von TIGFOR. Die Bullen in TIGFOR sollen sich verpissen. Gefort. Ah, da. Da habe ich ja was übersehen. Wie peinlich. Ah, da ist ja mein Bein. Ja, okay. Das ist so genaßen echt ziemlich ungeil, dass ich jetzt hier nichts habe. Also halt wirklich. Hey Gina, wie wäre es mit jetzt? Hey. Ähm. Alles klar. Gina ist verbuggt. Es ist vielleicht das frühe Ende hier mit dem Let's Play, dass ich nicht vorankommen kann in der Story, weil Gina mir so hart abpackt. Boah. Aber ich werde es irgendwann bei einem Neustart wieder besser gehen. Also, das ist eigentlich eine gute Idee. Also, das ist eigentlich eine gute Idee. Okay. Und da ist es so gut, dass ich mal die keine Zeit im Viertelstarten anzeige machen habe. Und das ist jetzt eine gute Idee. Also, das ist das ein Pfeilschleiter. Und das ist an der Hauptstadt die Woche. So, wer die das TIGFOR. Ich glaube nicht, dass ich so ein fettes Lack hätte, um den wegzunutzen. Aus dem Weg. Vorsicht, du blöde Sau. Glaubst du, du kannst mir Angst machen? Raus hier! Schnauze halt. Boah. Alter, wie geil! Aber ganz ehrlich, jemand der so rotsfrech ist, hat es verdient. So, na was, komm her. Komm her, du Schmalspur, Heinz. Damit ich dich netzen kann und das sogar ohne Hut. Bam. So. Remy soll im Clan gewesen sein. Erzähl mal sich zumindest. Was willst du überhaupt hier? Bitte, zielen sie damit nicht auf mich. Dann geht. Raus hier! Ganz ehrlich, so blöd angemacht zu werden von allen macht aber auch echt keinen Spaß. Jetzt zerstöre ich erst mal vor Wut ein paar Fernseher. Fl manually van. Wut! Nein! Schonal 아닌 Lihat! Ich geh mal äh! His! Er... та... Vielen Dank.